Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Sie wissen nicht, mit was sie es hier zu tun haben. Sie aber auch nicht. So ist es fair. Bereite den Galgen vor! Er versammelt eine Armee um sich. Du bist ein Brimstone? Hat das irgendeine Bedeutung für dich? Mein Name ist Rain. Ich bin Billy schon seit Cheyenne auf den Versen. Es scheint, als müsste er nicht mal Blut treten, um sich zu heilen. Er muss ein sehr alter Vampir sein. Sobald dieser Außenpost mit dem Schienenverkehr verbunden ist, werden hunderte von Menschen hierher kommen. Und gehen als Vampire. Sie sind ein Vampir? Ein Vampir? Halbmenschlich? Ein paar zusätzliche Waffen könnten durchaus nützlich sein. Spendet alles, was ihr habt für den Herrn und sein herrliches himmlisches Königreich. Du schließt dich uns an und rettest so deine Seele. Ich habe einen Vorschlag für dich. Für die Menschen von Deliverance. Mütter, Väter, Töchter, Söhne. Was wir hier machen, ist für sie. Red dich um, du feige Hurensohn! Akzeptiere, was du bist. Herrscher, an meiner Seite. Deine Hände weg von mir. Möge das Abschlachten beginnen! Wie eins stehen wir zusammen. Kämpfen wir zusammen. Sterben wir zusammen. Schläge, wie ein Vampire, was du willst. Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.